und damit herzlich willkommen zur olympia 2018 hier im haba hotel und damit herzlich willkommen zum nächsten video hier auf marschip tv und es folgt heute der nächste tag hier bei olympia 2018 nachdem wir am freitag den gestrigen tage freigemacht haben und heute geht es weiter heute muss man leider auch sagen sehr wenige leute dabei anscheinend ist der samstag nicht so beliebt was olympia angeht dafür sind heute aber nur sechs leute im rennen das war zuvor auch schon abgesprochen also von daher ist das ganz okay wir haben heute auch prominenz hier im raum gian lika ist dabei es sind einige leute hier die man kennt und ja heute gibt es den mini spiel klassiker das heißt heute werden wir verschiedene mini spiele hier im haba hotel durchführen mit sechs leuten wo wir dann so eine art ranking machen und die ersten drei gewinnen dann jeweils eine medaille ganz easy eigentlich erklärt und ja ich würde sagen wir beginnen dann gleich wenn es los geht mit 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 olympia 2018 so leute anfangen tun wir mit dem spiel fangen in stuhl danach gibt es weitere bekannte spiele und der erste platz kriegt sechs punkte und der letzte ein punkt so wie das eigentlich immer ist und jetzt ja fangen den stuhl wie am ersten abend wurde es richtig explodiert ist hier im raum wo ganz viele leute einfach waren und jetzt geht es so langsam los mit fangen den stuhl ich versuche zwei videos machen ich zeige nur kleine eindrücke bis hin zum finale weil sonst wird das eindeutig zu viel da wir einige spiele heute sehen werden deswegen zeige ich euch jetzt so knapp zwei minuten vielleicht fangen den stuhl und danach kommt schon das nächste spiel los genau 59 hier im einsatz für deutschlands semi dc wieder dabei marokko natürlich zweimal heute dabei und jetzt gibt es lücke und mal gucken wer als erstes ausscheidet ja der marokkaner scheidet als erster raus hexe ist damit erstmal raus so jetzt sind wir beim finale angelangt das duel heißt g-styler für portugal gegen underscores für wen underscores spielt das kann ich jetzt leider nicht wissen das finale geht jetzt bis drei das zeige ich euch jetzt skinner ist relativ früh ausgeschieden ist fünfter geworden also vorletzter passiert die marokkaner waren auch nicht so stark in der ersten runde des ersten spiels hier bei fangen den stuhl so bis drei geht das jetzt ja portugal portugal ja gestern mit der silbermedaille ne vorgestern mit der silbermedaille bei freeze eine richtig starke runde vom g-styler g-styler total verwirrt 1 zu 1 2 zu 1 für g-styler für die portugiesen die vor marokko sogar stehen bei olympia das muss man sich mal wirklich überlegen das ist schon heftig und das 3 zu 1 und somit gewinnt g-styler das erste spiel fangen den stuhl und gleich geht es weiter mit dem nächsten spiel das nächste spiel lautet wer möhre zieht verliert wir werden jetzt eine runde so spielen das heißt jeder zieht ein gegenstand und in der zweiten runde geht es dann weiter mit mit dem ausscheiden wer dann die möhre zieht ist dann auch automatisch raus mal gucken wie das jetzt hier wird fangen den stuhl ach fangen den stuhl sei schon wer möhre zieht gleich kick heißt das spiel ja normalerweise aber in dem fall haben es ja abgeändert jeweils darf man nur einmal ziehen es zählt also was als erstes gezogen wurde da bin ich jetzt mal gespannt los geht es hier mit marokko mit wasser semi dc holt sich auch wasser marokko noch mal mit eis underscore holt sich eine möhre wäre jetzt normalerweise raus hat aber glück dass er jetzt die erste runde mitmacht und skinner holt sich wasser jetzt geht's los wer sich jetzt möhre holt der wird langsam ausscheiden und fliegt pro runde raus hexe mit dem ersten gezogenen wasser ok semi dc für hollands eis nun kommt sulitsch mit wasser und der gerade möhre gezogen hat zieht ein eis ok glück gehabt g styler wasser und skinner und skinner oh nein skinner 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 das sieht nicht gut aus wasser oh jeder hat es überlebt erste runde alle glück gehabt jetzt wird spannend hexe oder sich jetzt die möhre oder doch was anderes so hexe macht jetzt faxen und ist raus sechster das ist geil hehehe er ist vortäuschen als hätte er gezogen und jetzt ist er zum glück sechster geworden finde ich gerechtfertigt ganz ehrlich hehehe raus ist er ist somit sechster und kriegt nur ein punkt so mittlerweile sind wir dann auch schon beim underscore david fünfter holt sich zwei punkte schade für ihn dass es nicht gereicht hat g-styler jetzt mit g-styler jetzt eis und skinner holt sich auch noch mal wasser die runde haben sie auch noch mal gut überstanden wieder wasser sulitsch auch noch mal wasser und die möhre geht an g-styler der gerade erster platz geworden ist wird dritter das kann natürlich ganz viel glück sein jetzt für skinner 59 für deutschland wenn er jetzt diese runde auch übersteht wasser semi dc mit dem eis oh gott oh gott gecko a.k.a. sulitsch holt sich ebenfalls wieder wasser skinner auch ok spannend spannend skinner auch glück oh wasser ja skinner mit dritter oh gott nee ja doch dritter g-styler ist gerade vierter geworden tut mir leid habe ich verwechselt Und jetzt gibt es das Finale. Ich weiß nicht, ob es jetzt bis 3 oder bis 1 geht. Oh Gott, das Finale jetzt hier. Semi-DC für die Holländer gut am Start. Sulic, der Marokkaner, immer noch gut im Rennen, holt sich Eis. Und wieder Wasser, ey, Semi-DC heute mit Lück. Ganz viel Luck. Ja, Sulic wird Zweiter. Und Semi-DC für Holland wird Erster. So, Zwischenstand des ersten und zweiten Spiels. Erster Semi mit 10 Punkten, also die Niederlande. Zweiter ist G-Styler, Portugal mit 9 Punkten. Dritter ist Sulic mit 8 Punkten, also Marokko. Vierter ist wahrscheinlich Skinner. Nee, Underscore mit 7 Punkten. Fünftens muss Skinner sein. Mit 6 Punkten, genau, für Deutschland hier im Rennen. Und sechster ist Hexe mit 2 Punkten, auch für Marokko im Rennen. So, weitermachen wir mit Völkerball. Damals habe ich ja Bronze geholt, 2016. Wer sich das gerne nochmal anschauen möchte, kann gerne das mal in der YouTube-Suche eingeben. Ja, der Raum wurde jetzt nochmal ein bisschen umgeändert. Schön winterlich. Das ist jetzt auch ein neuer Raum, den wir jetzt besuchen hier bei Olympia. Den Waldspielplatz von Skinner59. Und nun geht's los. Oh, Minuspunkt. Underscore ist ja draufgegangen. Also keine Punkte. Ja, auch hier zeige ich euch das jetzt, ja, ich würde sagen so 2 bis 3 Minuten. Und später zeige ich euch dann die ersten 3, die dann gegeneinander spielen. So, Skinner gegen G-Styler. G-Styler ganz stark. Direkt 2 zu 0. Geht bis 5 auf jeden Fall. 6, Skinner gegen G-Styler. Skinner holt sich den Punkt. Ja, da muss man auch richtig gut Fokus zeigen und auf jeden Fall stark sein. 3 jetzt gegen Zulic. Oh, Zulic, ganz stark. Underscore verliert das Spiel. Also die Runde. Jetzt wieder 3 und wieder gegen Zulic. 2 zu 3. Zumindest bleiben sie dran. Das ist ja das Wichtigste. 4. Und Zulic. Oh, 3 zu 3. G-Styler wird glaube ich so langsam ein bisschen nervös, was das angeht. Dass Zulic die Punkte hier verliert für sein Team. 1. Oh, gut gemacht. Hex ist zu spät. Der Holländer. Sammy DC. Dreht das Spiel. 4 zu 3. Ich muss sagen, Völkerball ist immer ein ganz cooles Spiel. Matchball jetzt für Rot und dann geht es schon los mit den Finals so gesehen. Ja, das war's. Das heißt auf jeden Fall, die, die da oben sitzen, müssen jetzt von 4 bis 6 spielen. Von Platz 4 bis 6. Und die anderen spielen jetzt von 1 bis 3. Team Grün geht also jetzt zunächst raus. Und ja, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es dann weiter geht mit den ersten bis zu den dritten Plätzen. Wenn es dann um die entscheidenden Punkte geht, die sehr wichtig sind für die Jungs, die jetzt 1 bis 3 belegen werden. So, G-Styler ist damit 4. geworden, Hexe ist 5. geworden und Zulic 6. Also die beiden marokkanischen Spieler sind auf den letzten Rängen gekommen, was richtig bitter ist irgendwo. Jetzt spielen noch Portugal, Holland und Deutschland darum, wer 1., 2. oder 3. wird. So, weiter geht's. Jetzt Holland gegen Underscore. Ne, Underscore ist gar nicht hier. Portugal. Ne, Portugal ist ja gar nicht mehr dabei. Deutschland, Underscore und Holland, so meine ich das. So, 2 zu 0, Semi-DC für Holland. Holt sich auf jeden Fall den ersten Sieg, Underscore damit unter Druck und spielt jetzt gegen Skinner. Ne, Under geht raus. Underscore geht jetzt erstmal raus. Ja. So, Underscore jetzt gegen Team Germany, gegen Deutschland, Skinner 59. Ich glaube für Skinner wäre das sehr wichtig, wenn er Dritter wird. Äh, wenn er Zweiter oder Erster wird, so meine ich das. Wäre für ihn definitiv besser. Wenn er jetzt gegen Underscore gewinnt, hat er auf jeden Fall schon mal die Silbermedaille, sag ich schon, den zweiten Platz sicher. Underscore ist aber ein würdiger Gegner. 1 zu 1. Jetzt kommt die 4. Das ist kein Früh. Und Underscore holt sich den Sieg gegen Skinner. Und Skinner wird somit Dritter sein. Und jetzt geht's darum, wer Erster oder Zweiter wird, glaube ich. Sollte Skinner jetzt nochmal... Ne, ich weiß es nicht. Wir sehen's gleich. Ich hab jetzt was, glaube ich, falsch gesagt. Ich glaube, wenn Sammy DC jetzt gewinnt, dann ist Skinner auf Platz 3. Insgesamt. Aber Skinner möchte ich jetzt hier nicht. Ich helf mal Basti kurz. Früh. 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 Weiter geht's. 0 zu 1 immer noch. 0 zu 2. Und Skinner holt sich, glaube ich, jetzt den zweiten Platz, wenn ich mich nicht täusche. Wir werden's jetzt gleich sehen. So, wir... Oder gibt's jetzt noch ein Duell? Sammy DC gegen Skinner? Wir werden's gleich sehen. So, anscheinend hat Skinner doch gewonnen. Ist Erster geworden. Sammy DC für die Holländer Zweiter. Underscore dritter. Styler ist nur Vierter geworden. Hexe Fünfter. Und wie schon gesagt, Sulic Sechster. Und nun kommen wir dann gleich zu den letzten beiden Spielen des heutigen Abends. Ich glaube, ein Wort mit kommt noch. Und dann noch ein Spiel, was mir jetzt... Ah, Sokka kommt noch. Sokka kommt gleich auch noch. Und jetzt gleich sehen wir noch den Zwischenstand vom Bastita, damit wir dann nochmal einen Überblick haben. Sammy hat 15 Punkte erlangt. Ist damit Erster für die Holländer. Zweiter ist Skinner diesmal mit G-Styler. Zwölf Punkte jeweils. Das heißt, die beiden haben auf jeden Fall jetzt schon mal eine Medaille. Sicher, die beiden. Underscore 11 Punkte. Fünfter ist damit Sulic 9 Punkte. Und Hexe Hilas ist Sechster mit, glaube ich, 4 Punkten. Genauso ist es. Und jetzt gleich geht es dann weiter mit den nächsten beiden Spielen. Und dann haben wir es schon geschafft. Dann haben wir ein 30-Minuten-Video veranstaltet. Aber ganz ehrlich, dafür ist das aber ganz in Ordnung. Dadurch, dass das auch das schon das große Finale ist. Dann kann man das alles schön zusammenfassen. Also gleich geht es weiter mit Soccer.